Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Und ich sehe gerade meine Frames sind sowas von in den Keller gerutscht. Okay. Ähm, passend zum Start. Wir sind ja hier bei den Höfen von Red Clip und haben noch einiges zu erledigen. Ähm, wir werden jetzt hier einfach mal alles ablaufen. Ich wollte gerade sagen, warum verschwindet der nicht, aber er verschwindet. Ähm, und alles abklappern, was wir hier erledigen können. Das ist tatsächlich einiges. Und wir müssen natürlich auch, wir hatten ja in der letzten Folge dann Aufgaben bekommen für Meister Dennett, beziehungsweise für seine Frau und Bron. Die werden wir natürlich auch erledigen, damit wir sozusagen den nächsten größeren Abschnitt hier in den Hinterlanden, mir fiel das Wort gerade nicht ein, erledigt haben. Und wir wieder mehr Ruhe haben, damit wir Pferde für die Inquisition bekommen. So. Brief in einem leeren Haus. Andrin. Sie raten allen zu gehen, bis die Magier und Templer aufhören, alles niederzubrennen. Aber ich habe den Blick der Händler gesehen. Wenn wir noch fliehen, räumen sie unsere Häuser aus. Räumen sie unsere Häuser aus. Ich bringe unsere kleinen, unsere... Ich bringe unser kleines Projekt in die Höhlen in den nördlichen Hügeln. Ihr kennt sie ja. Dort ist es sicher, bis das alles vorbei ist. Hassel. Okay, neue Quest. Oder Nebenquest. Rückgabe regeln. Bring den gestohlenen Schatz zur Festung im Westen zurück. Hier bimmelt was. Ach, Embryon. Ja, wir haben Scherben. Das ist Schutz für die Felder. Ich glaube, da laufen wir einmal ganz kurz hin. Weil... Ähm... Wir können auch hinreiten. Wir haben ja jetzt ein Pferdchen. Nur wir. Die Inquisition und ich. Ähm... Damit wir das aufstellen können. Ich habe ja schon gesagt, das endet dann in einem Kartentischauftrag. Damit wir den relativ schnell erledigen können. Der ist hier halt ein bisschen weiter hinten. So. Erster Wachtturm-Standort. Ich muss einmal absteigen. Wort kennzeichnen. Wir können wieder aufsitzen und zurückreiten. Im Sattel abgeschlossen. Ja, hier ist ein bisschen komisch. Es könnte jetzt sein, dass dauernd diese im Sattel-Quest aufklopft, dass sie abgeschlossen ist. Ich weiß nicht, warum, aber es poppt teilweise immer wieder mal auf. Einfach nicht davon irritieren lassen. Ich habe das Spiel schon so oft gespielt, dass es mich mittlerweile nicht mehr irritiert. Aber falls ihr irritiert seid, wisst ihr jetzt Bescheid. Hier laufe ich mal wieder so rum, weil ich natürlich alles abscannen möchte. Da hinten ist irgendwo ein Riss. Hier war das Okularum, glaube ich, ne? Ach, hier war es. Okay. Hier steht noch Elfenwurzel. Ich gucke schon mal hier elegant runter. Ich muss leider relativ viel auf die Karte gucken, weil ich sonst an Scherben und so und Gedöns immer vorbeilaufe. Elfenwurzel. Mir hatte jemand in den Kommentaren geschrieben, ähm... Die Diskussion mit diesen Extrawaffen, die man hier bekommt durch die DLC. Ähm... Und... Es gibt halt einige Meinungen, also nicht von dieser Person, aber dass diese Waffen OP sind und dass man sie dann halt nicht nutzen sollte. Ja, sie sind okay, aber warum nicht das nutzen, was einem das Spiel gibt? Also, wir spielen ja hier auch ein Let's Play. Da mag ich es generell nicht so schwer. Weil man ja halt auch nebenbei noch kommentieren möchte. Also... Die meisten Leute gucken kein... Kein stummes Gameplay. Hm... Und wenn man dann halt so abgelenkt ist durch die Kämpfe, dann gestammelt man nur so rum, wie ich es gerade mache. Und man kriegt keinen ordentlichen Satz zustande. Hier kommen wir nicht hoch. Wir gehen jetzt erstmal den Riss machen, sonst... rastet der dauernd aus. Hallöchen! So... Solace, bitte einmal bannen. Haben wir eine Stelle, wo wir zwei vielleicht reinbekommen? Sieht nicht so aus. Dann bannen wir mal hier die Stelle. Oh, ich wollte nicht den Werbelstamm machen. Jetzt habe ich meinen Angriff verschwendet. Nee, also wie gesagt, ähm... Ich finde auch, wenn... Wenn man schon die DLCs hat und diese Waffe nutzen kann, warum sollte man sie nicht nutzen? Ähm... Wir haben ja immer noch hier Kämpfe. Ich meine, es sind... Die ganzen Gegner sind keine One-Hits. Ich habe das Gefühl, ich muss gerade voll brüllen, weil die Kampfgeräusche... Oder die Kampfgeräusche. Ähm... Nee, also ich bin auch nicht jemand, der das nutzt. Ähm... Das Spiel macht trotzdem Spaß. Die Kämpfe sind deswegen nicht Baby-einfach. Ähm... Tatsächlich finde ich auch den normalen Schwierigkeitsgrad absolut entspannt spielbar. Neue Sehenswürdigkeit. Ähm... Und das Spiel ist sogar auch schwer. Relativ gut zu spielen, finde ich. Und auf Albtraumhaft habe ich es, glaube ich, bisher noch nicht beendet. Da weiß ich halt nicht, wie die etwas schwierigeren Kämpfe sind. Ähm... Aber generell finde ich das super spielbar auf den Schwierigkeitsgraden, die es bietet. Hier ist ein Riss. Ähm... Der gehört zu den Höfen. Den werden wir aber noch nicht machen, weil der eindeutig zu schwer noch ist. Die Risser haben auch Stufen. So wie die Gebiete ja Stufen haben. Dieser Riss dort hinten, den ich gerade gezeigt habe auf der Karte, der hat, ähm... Stufe 12. Wir sind... Weiß ich gerade gar nicht. Stufe 5. Also... Ah, ich... Wenn... Ich will mal mit B zurückgehen. Äh... Also, wir sind dafür noch ein bisschen zu schwach und wir sind auch wirklich zu schwach. Also, man kann, finde ich, generell hier ein paar Sachen schon mal probieren, obwohl man noch nicht die Stufe hat. Die meisten Sachen sind trotzdem schaffbar. Aber... Dieser Riss halt nicht. Da ist ein Astrarium. Da gehen wir natürlich Support hin. Hops. Komm mal weg. So, was haben wir denn hier? Okay. Ich denke mal, die meisten von euch haben die Spiele... Oder haben das Spiel schon gespielt. Ist ja schon ein paar Jährchen alt. Ähm... Es gibt halt einen Trick, wie man diese Astrarien relativ einfach lösen kann. Ich kann ihn gerne verraten, aber ich verrate ihn nur, wenn ihr das wollt. Also, wenn ihr mir jetzt in dieser Folge schreibt, dass ihr damit kein Problem habt, dass ich dir mal verraten soll, schreibt... Also, ähm... Wisst ihr einfach nur schreiben. So sage ich es jetzt nicht. Ähm... Und ich werde es dann wahrscheinlich erst relativ viel später euch verraten können, weil ich halt momentan viel vorproduziere, weil ich jetzt die nächsten zwei Wochen nicht zum Aufnehmen komme. Zum einfachen Grund, dass ich wirklich mal Urlaub habe. Also auch nicht arbeiten muss. Nicht nur keine Uni, sondern auch mal nicht arbeiten muss. Und die Zeit möchte ich gerne genießen. Und ich noch... Ach, nicht zugestellt. Ja, es ist noch eine Scherbe. Hier haben wir noch ein bisschen was. Gucken wir uns hier hinten mal ein bisschen um. Äh... Und da möchte ich auch nicht immer unbedingt aufnehmen. Besonders, weil ich dann auch mal unterwegs bin und solche. Geschichten halt. Ne? Was man so macht, wenn man mal frei hat. Oder länger frei hat, als nur zwei Tage. Deswegen ziehe ich gerade fleißig, fleißig vor, damit ihr schön Folgen habt. Ich versuche ja jetzt auch gerade, euch ein bisschen mehr zu bieten. Also mehr Folgen zu bieten. Weil einfach ein bisschen mehr Zeit da ist. Ähm... Wie das dann alles läuft, wenn das Semester wieder anfängt, weiß ich halt nicht. Wollen wir das machen? Ne, wir machen das gar nicht. Äh, wir gehen aber noch nicht rein. Blut-Lotos. Blut-Lotos. Mit Spindelkraut. Hier ist noch eine kleine Höhle. Da können wir gerne nochmal reingucken. Da ist nämlich ganz viel Eisen drin. Also wenn wir nachher dann die Felder markiert haben, alle, dann werden wir auch einmal ganz kurz zum Kartentisch reisen. Die Quest beginnen. Und, ähm, ja. Damit die mal abgeschlossen ist. Also dann abgeschlossen ist. Das dauert ja am Kartentisch auch mal der gewissen Zeit. Aber so viel Zeug hier. Da oben ist noch eine Sehenswürdigkeit. Da wollen wir doch mal hin. Die Magier hier sind kaum mehr als Tiere. Ups. So. Und ich muss sagen, ich freue mich tierisch. Ihr schreibt relativ lange Kommentare immer. Und ich kann nicht auf alles antworten. Aber ich freue mich tierisch über die ganzen Diskussionen, die entstehen. Ich lese mir das alles durch. Auf jeden Fall. Und wenn mir was dazu einfällt, ja, schreibe ich auch was dazu. Und zu Solis kam ein relativ langer Beitrag. Ein sehr interessanter Charakter. Das fand ich ja schon beim ersten Gespräch mit ihm. Er passt halt nirgendwo so richtig rein. Äh. Und ist ein kleiner Einzelgänger. Was er ja auch selbst schon so angedeutet hat. Ähm. Aber er teilt nicht so die Sichtweisen der Daelish und der Stadthelfen. Also Stadthelfen erst recht nicht, weil er ja umherzieht. Aber mit dem Daelish hat er auch nicht so viel am Hut. Daher kann man ihn sehr schlecht einordnen. Aber ich finde es, dadurch macht es ihn halt sehr viel interessanter. Auch sein Studiengebiet ist halt ähm. Eher ungewöhnlich. Aber vielleicht dadurch umso wichtiger. Weil man sich bisher damit nicht befasst hat. Und die Kirche ist ja auch eher so, wir finden alles doof und deswegen wird es unterdrückt. Oder nicht doof, sondern gefährlich. Und deswegen wird es alles unterdrückt. Und das ist halt, finde ich, nicht so der richtige Weg. Also man kann ja nur vor Sachen Angst haben, die man nicht einschätzen kann. Und so schätze ich halt die Kirche auch ein. Ähm. Dass sie halt einfach Angst haben vor den Auswirkungen der Magie. Und sie deshalb nicht so, also nicht verbieten, aber so ähm unterdrückt haben. In dem Sinne. Und anstatt sich mal damit wirklich zu befassen, geht's eher, so wie hier, in unserer Politik nur Verbote. Und äh, daher finde ich die Arbeit von Zolas sehr, sehr wichtig, weil man vielleicht einfach mal Hintergründe erfährt. Und vielleicht auch erfährt, ähm, welchen Ursprung die Magie hat, beziehungsweise wie man mit dem Schleier, mit dem Dämon, wie man mit dem umgehen kann. Ohne alles zu verbieten. Bei einer Leiche gefunden. Begrit. Die Sache wird sich lohnen. Ihr sorgt euch zu viel. Ich habe euch bei der Jagd beobachtet. Ihr und der Bogen passt zusammen wie der Erbauer und errastet Busen. Und nichts auf dieser Welt atmet noch, wenn ihr eure Axt darin versenkt. Versenkt habt. Und glaubt mir, wenn ihr genügend Bärenklauen habt und vergesst, nicht, sie müssen groß und stattlich sein, nicht, dass ihr mir irgendwelche von einem Jungtier anbringt und dazu entschuldigend lächelt, dann werden wir etwas tun, das uns beide Reichen macht. Denkt an die Mädchen von Redcliffe, die an eurem Arm hängen werden, Bergwiff. Es ist ein starker Arm, mein Freund. Stark genug, um drei große Bären zu töten und ihre Klauen zurückzubringen. Wenn ihr das schafft, wird dieser Arm sich nachts um eine schlanke Dame legen können. Viel Glück und kommt nicht ohne Klauen zurück. Jaxka. Immer alles für die Frauen. Immer Frauen beeindrucken. Nicht zugestellt. Okay. Ja, in die Höhle gehen wir irgendwann nochmal. Dann gehen wir jetzt erstmal hier uns diese Quest noch abholen. Dafür müssen wir heil hier runterkommen. Ach, hier ging es auch hoch. Ich wusste, es gab hier irgendwo noch einen Weg nach oben, wie man hier relativ einfach hochkommt. Oh, wir haben endlich dann wieder einen Feind. Aber von wo? Ich sehe nichts. Also ich sehe den roten Punkt auf der Map. Ja, der muss noch da oben sein. Ist das wieder der Widder? Nee. Dann machen wir mal Rückzug. noch mehr Elfenwurzel. Eine Bitte von Herzen. Mein preisgekönter Beesend namens Druffy wird vermisst. Er ist bei einem Dämonenangriff weggelaufen und wurde zuletzt in der Schlucht gesehen. Wer ihn findet und auf mein Gehirf zurückbringt, erhält eine Belohnung. Eine Mitteilung auf einer Anschlagtafel. Eine einfache Karte zeigt, wo sich der Beesend ungefähr auffällt und wohin er zurückgebracht werden wird. Okay. Dann werden wir noch diesen Beesend suchen. Oh, ein Musikteil. Sehr schön. Das Reich von Teewinter, das lese ich noch vor. So, Schutz der Felder. Ist das noch markiert? Müssen wir mal gucken. Hier ist ein Punkt und da hinten noch eins. Okay. Das kriegen wir aber alles hin. Können wir hier rüberbringen? Ja, schauen wir. Ich glaube, da oben sind Vanditen. Da liegt noch eine Scherbe. Oh, nein. Halt die Taste. 12 von 22 Scherben gefunden. Ja, das sind Vanditen. Ja, tötet sie alle. Auf nimmerwiedersehen. Ah, Rohstoff. Gebetssteine. Und eine Elfenwurzel. Die können wir natürlich nicht stehen lassen. Der zweite Ort ist gezeichnet. Dann gehen wir noch mal schnell hier hin. Zu nicht zugestellt. Oh, seid ihr Menschen, die auf Karten sich Wegpunkte setzen, was markieren? Oder lauft ihr lieber so blind über die Karte und lauft nicht gezielt los? Ich habe es mir mittlerweile so angewöhnt, alles zu markieren, was es gibt. Na? Jetzt. Lündern. Katerharnisch. Das ist doch was für unseren guten Zwerg. Da ist er ja schon. Können, glaube ich, auch nur Zwerge tragen und nur Schurken. Der ist besser als, äh, die Steinbärenrüstung. Und jetzt sieht Varric auch wieder gut aus. Ich finde den Katerharnisch richtig, richtig schick. Gefällt mir richtig gut. Den kriegt den Varric jetzt auch sofort angezogen. Es wurde auch gesagt, dass die Konari-Kleidung bei Solis komisch aussieht. Ja, bei Frauen sieht sie besser aus, definitiv. Wobei, ähm, also, ich finde, es geht hier noch. Klar, Solis läuft gerade baufrei rum, aber mich stört das persönlich nicht so sehr. Äh, er kann das ja tragen, kann das ja zeigen. Was ist hier so alles? Probleme mit den Wölfen? Bevor wir uns um die Wölfe kümmern, möchte ich noch Schutz für die Felder abschließen. Das heißt, wir reiten jetzt mal dorthin. Und dann geht's einmal ganz kurz zurück nach Haven, damit wir den Karteneinsatz starten können. Das machen wir noch in dieser Folge. Solange sollte es eigentlich nicht dauern, sag ich jetzt einfach mal so. Nachher überziehe ich dann doch. Ähm, hier will ich nicht lang reiten, wir reiten mal da hinten lang. Diese Geschwindigkeitsstreifen, ne? Als würde man sonst wie rasen. Oh, nein. So, jetzt galoppieren wir auch wieder. Eben waren wir nur um Trab, aber hatten schon die Geschwindigkeitsanimation. Es ist so schön ruhig hier. Ich freue mich da jedes Mal voll drüber, wenn man nicht mehr hier jeden Tag also die ganze Seite Kämpfe hat. Ich glaube, wir müssen da von der anderen Seite hoch. und zwar hier hoch. Elfenwurzel nehmen wir noch mit. So, Ort-Kennzeichen. Nochmal Elfenwurzel einsammeln. Und dann geht's jetzt einmal kurz nach Hayden. Ich gebe es einen Schluck zu trinken. Irgendwie hört es wohl noch die Stimme ist heute wieder ein bisschen komisch. So, einmal durch hier. Hier. Böden stehen hier immer noch draußen rum. in diesem Zirkel nicht gute Templer und böse Magier Gäste. Ich sage Firmloch. Ich habe Gerüchte gehört. Es gebe einen Weg. Und da Giselle, mit der haben wir auch noch nicht gequatscht. Das können wir auch mal machen. So. Pharrell. Wachtürmer binnen kurzem errichtet haben. Oder in der Nähe von Redcliffe gibt es einige Adlige, die der Inquisition mit Freunden helfen werden, wenn wir ihnen ein entsprechendes Angebot machen. Ne, wir nehmen Cullen. Nun denn. Und dann haben wir noch Geld beschaffen. Das Sumpfeinhorn. Wir haben ein Hilfsangebot erhalten. Ich bin entnervt, aber nicht dagegen. Es ist nicht das erste seltsame Versprechen, das wir bekommen und es wird vielleicht auch nicht das letzte sein. Es folgt eine elegante Notiz. Die Inquisition braucht etwas, das wir hier geben können. Wir haben ein Reittier von edlem Wesen in unserem Besitz, das in der Schlacht gegen Zorn gefallen ist und dem grenzenlosen Verlangen einer würdigen Sache und einem edlen Meister zu dienen ins Leben zurückkehrte. Beweis, dass eure Anhänger längst glauben, dass euer Einfluss weit über die dieser Welt hinausreicht, dass selbst die Mächte des Nichts eure Verbündeten sind, dass der Tod den Sieg nicht verhindern kann, die Gemeinschaft. Liliana könnte unaufhellig dafür sorgen, dass niemand die Ankunft stört. Wir gehen überaus sorgsam mit so einem Geschenk um, dafür sorgen schon unsere Partner. Ist egal, wer es macht, dauert nur Minuten. Ne, Liliana. Die Kreatur ist eingetroffen, sie ist tatsächlich so verstörend wie erwartet. Haben wir sonst noch was? Geld beschaffen? Finde ich jetzt nicht so wichtig. Ne. Nehme ich hier was? Der Rothirsch. Es tut mir leid, meine Nase ist gerade voll dicht. So groß ist die Gefahr, dass sie Angebote aus allen Teilen von Thraders erreichen. Daher ist dieses Angebot keine Überraschung. Ein Brief in Behenders Schrift. Wir finden euer Volk an seltsamen Orten. Ob schon wir nicht wissen, ob ihr die Tradition wart, geben wir euch etwas Stolz in die Hand, denn der verwundete Himmel betrifft uns alle, egal woran wir glauben. Lasst dies alle sehen und seid das, was wir sein sollten. Immer Salin war Suledin in Evanura. Oh, der rote Tisch ist eingetroffen, wirklich sehr inspirierend. Und noch was? Okay, gepanzertes Flammen der Inquisition Streitross. Wir haben die besten Rüstungsmacher des Landes auf uns aufmerksam gemacht und sie wollen nicht, dass wir unsere Botschaft schmucklos verkünden. Sie haben uns ein Reittier angeboten, das die Flammen der Inquisition verkörpert. Es ist offen gesagt wundervoll. Es folgt ein Brief in Blockschrift. Wir schicken unser Meisterstück, ihr werdet es erkennen, wenn ihr es seht. Es ist mit Paraden ebenso vertraut wie mit dem Schlachtfeld. Alle mögen alle, die sich gegen euch stellen, sehen, dass sie sich gegen eine Macht stellen, eine Sache. Unsere Fähigkeiten gehören euch, Diener des Hammers. Das gepanzerte Reittier ist eingetroffen und es ist tatsächlich großartig. So, ihr habt wahrscheinlich schon vermutet, es geht um Reittiere. Die gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich mache meine Nase immer frei und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.